Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes werden immer mehr Gesetze erlassen, die die Freiheit der Menschen einschränken. Londons Bürgermeister Sadiq Khan setzt den nächsten Schritt. Bei Fahrten in den Großraum London müssen Fahrzeuge die erforderlichen Emissionsstandards für die Niedrigemissionszone erfüllen. Wer nicht klimafreundlich genug unterwegs ist, darf nicht einfahren. Das galt bis jetzt nur für die Innenstadt. Ab Dienstag soll die Ultra-Niedrigemissionszone auf den gesamten Großraum London ausgedehnt werden. Dieser Großraum umfasst 1500 Quadratkilometer Fläche und mehr als 8 Millionen Menschen. Dieselfahrzeuge, die vor 2015 zugelassen wurden, erfüllen diese Anforderungen nicht und werden nicht mehr nach London einfahren dürfen. Es sei denn, der Lenker zahlt 14,50 Euro Strafe pro Tag. Die Innenstadt ist nur noch für Elektroautos befahrbar oder gegen 18 Euro City-Maut. Wer sich das nicht leisten kann, kann sich ab Dienstag in London nur noch zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Zur Überwachung ließ Bürgermeister Sadiq Khan von der linken Partei Labour Party überall in London, auch in Sackgassen und kleinen Wohngebieten Kameras installieren. Doch es regt sich Widerstand. Gruppen von Aktivisten, die sich Blade Runners nennen, haben bereits hunderte von Kameras ausgeschaltet. In den sozialen Medien herrscht Empörung. Der Telegraph berichtete darüber, dass die Ultra-Niedrigemissionszone die Stickoxidbelastung kaum und die Belastung mit Feinstaub und Ozon so gut wie gar nicht reduziere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017